Sollen arme Rentner wirklich frieren? Härtefallfonds muss her statt kalte Wohnung. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die Bundesregierung weiß das schon sehr, sehr lange. Spätestens seit Frühjahr 2022, als die Preise der Energiekosten explodiert sind und auch die Inflationsquote nach oben gegangen ist. Es hätte zu diesem Zeitpunkt hier schon gehandelt werden müssen. Wir hätten zumindest schon Sozialtarife haben müssen oder aber eine Strom- und Gaspreisbremse. Aber über Monate hinweg hat die Bundesregierung nichts Substantielles getan. Zwar hat die Bundesregierung am 3.11.2022 die Regelung zur Strom- und Gaspreisbremse beschlossen. Für viele Menschen kommen aber diese Regelungen viel zu spät. Und zum anderen können viele der Betroffenen selbst dann die anfallenden Kosten aus der Begrenzung durch die Strom- und Gaspreisbremse gar nicht bezahlen. Denn die Übernahme des Dezember-Gasabschlages oder Fernwärmeabschlages reicht für arme Menschen und Rentner einfach nicht aus. Im Übrigen reicht auch die 300 Euro Energiepreispauschale für Rentner dann nicht aus. Daher muss der Härtefallfonds, von dem die Bundesregierung bei der Beschlussvorlage für die Strom- und Gaspreisbremse besprochen hat, sofort her und zwar spätestens bis zum 1.12.2022. Die Gaspreisbremse, die ja laut Vorhersagen der Bundesregierung vielleicht schon zum 1.2.2023 kommen soll, würde selbst dann viel zu spät kommen. Denn der Winter beginnt ja nicht erst im Februar 2023, sondern schon jetzt im November 2022. Die Tage werden kürzer, die Nächte werden länger, es wird einfach kälter. Die Leute wollen auch bezahlbare und beheizbare Wohnungen haben. Der Winter richtet sich nicht nach dem staatlichen Handeln. Es wird ja jetzt schon kalt. Die Menschen müssen schon jetzt heizen, haben hohe Kosten, die sie nicht bezahlen können. Die Übernahme des Dezember-Gasabschlages ist eine Hilfe, reicht aber, wie ich es schon gesagt habe, für viele gar nicht aus. Der Härtefallfonds muss jetzt kommen, sonst müssen arme Menschen und auch Rentner, die finanziell sehr, sehr eng ausgestaltet sind, frieren. Egal, ob sie mit Gas, Öl oder Pellets heizen. Die tatsächlichen Kosten müssen einfach übernommen werden durch den Härtefallfonds. Und was ich da so höre, wie der Härtefallfonds ausgestaltet werden soll, praktisch mit einem zinslosen Darlehen, da muss ich ganz ehrlich sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein, liebe Bundesregierung. Mit einem zinslosen Darlehen werden sie doch das Problem der Finanzlage der Leute, die davon profitieren sollen, nicht verbessern, sondern eher noch verschlimmern. Denn die Menschen müssen ein Darlehen bei ihnen aufnehmen vom Staat und müssen es später zurückzahlen. Sie verschulden sich also, weil sie unverschuldet in eine Situation gekommen sind, wo sie für höhere Gas- und Strompreise zahlen sollen und die gar nicht zahlen können. Also das ist aus meiner Sicht ein völliger Rohrkrepierer und sollte dringend überdacht werden, dass es hier keine zinslosen Darlehen, sondern echte Zuschüsse und zwar nicht rückzahlbare Zuschüsse für die betroffenen Menschen, die einen Härtefall haben, hier geben muss. Weiterhin brauchen wir natürlich auch anderweitige Unterstützung für Menschen, die sich das nicht leisten können. Es gibt viele Menschen, die haben noch alte Geräte zu Hause stehen, wie alte Kühlschränke, alte Waschmaschinen, alte Heizungen zum Beispiel. Die verbrauchen sehr, sehr viel Strom, Gas und so weiter. Und das muss auch bezuschusst werden, dass die Leute hier entsprechende neue Geräte anschaffen können, damit sie dann auch für die Zukunft weniger Strom und Gas verbrauchen. Wird im Übrigen auch die Wirtschaft ankurbeln, wenn hier mehr entsprechende Strom- und Gasgeräte verkauft werden könnten. Also auch hier muss der Staat unbürokratisch und schnell handeln. Wir sagen, die Bundesregierung hätte, wie in einigen Nachbarländern schon üblich, Sozialtarife für Gas und Strom einführen müssen. Sie hat viel zu lange gewartet und damit auch schuldhaft die Inflation mit nach oben getrieben. Eine Strom- und Gaspreisbremse schon im Frühjahr 2022, nach Beginn des Ukraine-Krieges, hätte viel mehr verhindern können. Vor allen Dingen hätte sie auch die Inflation eindämmen können. Wir hoffen, dass allen Menschen in Deutschland, die ihre Rechnungen nicht mehr zahlen können, schnell und unbürokratisch geholfen werden kann. Damit es auch wirklich im Blick auf Weihnachten ein paar ruhige und besinnliche Tage geben kann. Ohne Angst und ohne Schrecken davor, ob ich meine nächste Gas- und Stromrechnung überhaupt noch bezahlen kann. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel